Ich bin Künstler, ich bin kein Politiker, aber ich habe eine Meinung. Und ich sage meine Meinung. Heutzutage würde man Wagner eigentlich als Kreditkartenbetrüger bezeichnen. Er war lebenslang obsessiv von Frauen abhängig. Er ist zwischen einer Art Fetischist und einer Art Cross-Dresser. Wagner war ein wüster und wilder Antisemit. Wir müssen das hinnehmen, aber wir lieben trotzdem seine Musik. Das ist ja eigentlich das Geniale an dieser Musik. Jeder kann Wagner sofort verstehen. Es ist eine gnadenlose Musik. Ein auskomponierter Orgasmus. Wagner war auf der Flucht, auf der Flucht vor seinen Gläubigern. In diesem Moment trat Cosima von Bülow in sein Leben. Jedes Wort von dir ist mehr ein Glaubenssatz. Er muss was unglaublich Magnetisches gehabt haben, sodass ihm so viele Leute verfallen sind. Sie haben da ein böses Spiel getrieben und solche Dinge vergisst man nicht so schnell. Mit Königin muss man umgehen wie mit Wahnsinnigen. Er tut, was ich ihm sage. Zerschlagen. Zerstören. Niederbrennen. Vernichten. Ich muss es wissen, hörst du? Ich muss alles wissen, alles. Alles. Holz oder Zink? Wie sollen unsere Särge aussehen? Gold.